Die barmherzige Liebe Gottes und seine Gerechtigkeit Einmal offenbarte mir der Heiland ein Geheimnis Gottes in Bezug auf verlorene Gnaden mit großen Folgen für andere. Er zeigte mir zwei Seelengruppen. Die Gebete und Opfer der ersten Gruppe stiegen zu ihm auf in den Himmel, und er streckte seine Hände mit Gnadengaben gefüllt über unser Vaterland aus. Die zweite Gruppe bildeten jene Seelen, die nicht nur kein Opferleben führten, sondern ein solches auch an anderen Menschen verschmähten und verspotterten. Diese Menschen fügten dem Herrn durch ihr boshaftes Tun große Schmerzen zu. Die angebotenen Gnadengaben des Herrn wurden von ihnen mit Absicht und Gewalt auch für die Guten abgehalten. Darum sagte der Herr, Siehst du, mein liebes Kind, die guten Seelen erbitten Gnaden von mir, und ich würde ihre Bitten gerne erfüllen. Da kommen aber die bösen Seelen und hindern mich in der Austeilung der Gaben. Darum sollten die mir geweihten Personen wissen, dass wegen der Sünde der Bösen nicht nur die Schlimmen, sondern auch die Guten leiden müssen, weil die Schlimmen verhindern, dass die nach Liebe dürstenden Seelen ihren Durst löschen können. Das war eine erschütternde Vision, deren Wirkung ich still in der Tiefe der Seele bewahre. Die Lauheit und die Sünde meiner Auserwählten tun mir so weh, dass, wenn du den geringsten Teil meines Schmerzes fühltest, du in deinem Leid sofort sterben würdest. Jetzt musst du alles, was du gesehen und gehört hast, auch meinen Priestern mitteilen und ihnen sagen, dass ich dies nicht deinetwegen, sondern ihretwegen getan habe. Der Heiland zeigte mir an einem Tag des Jahres 1942 viele Seelen, die in Folge von Hindernissen der Gnaden nicht deihhaftig werden konnten, die der liebe Gott ihnen zugewiesen hatte. Wenn diese Seelen treu mit der Gnade zusammengewirkt hätten, wäre sowohl dem Land Ungarn als auch der ganzen Welt viel Übel erspart geblieben. Wenn der Herr mir so etwas zeigt, leide ich immer unendlich viel. Bis jetzt wusste ich nicht, dass die Verantwortung etwas so überaus Großes ist. Wehe den Seelen, die die Ursache sind, dass Gottes Gnaden gaben, zunichte werden. Nicht nur jene, denen Gottes Gnaden vorenthalten werden, sind in Gefahr, verloren zu gehen, sondern auch die, die den Zustrom der Gnaden verhindert haben. Ein anderes Mal hörte ich Jesus sagen. Es bereitet mir mehr Leid und Schmerz, wenn eine Priesterseele durch Zweifel und Unglauben meine Wohltaten verhindert, als wenn tausend andere mich mit Disteln und eisernen Stöcken schlagen. Denn die Letzteren wissen ja nicht, was sie tun. Nicht mein göttlicher Wille leitet jene Priester, die bewusst aus Antipathie oder aus Hass mich im Fesseln legen und nicht nur meine Pläne, sondern auch meine auserwählten Mittel bekämpfen. Solange ihr eure Zweifel und bösen Absichten nicht ablegt und in Demut wünscht, dass ich in euch alles sei, werde ich meine Versprechen an euch nicht in Erfüllung gehen lassen. Wehe, ihr undankbaren und hartnäckigen Priester, wie leicht könnten die Hindernisse weggeräumt werden. Wie leicht könntet ihr euch selbst, euer Vaterland und teilweise auch alle Nationen retten. Aber euer Unglaube hält mich gebunden in den Menschen durch die ich meine Pläne verwirklichen möchte und die ich als meine Werkzeuge auserwählt habe, damit sie meine Gnaden empfangen und nach meinen Gesetzen leben. Weil ihr nun aus eigenen Fehlern meine Wünsche und Pläne vernichtet, darum zieht ihr die gerechten Plagen über euch und alle, die mit euch leben. Meine Tochter, meine barmherzige Liebe muss sich in Gerechtigkeit verwandeln. Jetzt müssen sie die Folgen ihrer Hartnäckigkeit sehen. Ich sei in meiner Seele im Voraus die Leiden, die auf uns zukommen werden. Das war nicht so schmerzhaft wie das, den Heiland in den Seelen Leiden zu sehen, die mit einem gewissen Vergnügen gegen ihn gearbeitet hatten. Der Herr sprach, mein liebes Kind, du sollst fasten und beten für die Priester, die gegen mich arbeiten. Diese Seelen leben nicht nach den Wahrheiten des Glaubens. Aber mein Blick begleitet sie und ich beachte all ihre Worte und Werke. Das ist nur der Anfang der Plagen. Was wird da kommen, wenn die Menschheit sich nicht bekehrt? Meine Priester, meine Gläubigen, wenn die Plagen kommen, dürft ihr meine treuen Diener nicht verspotten und sagen, seht, der Herr hat uns doch nicht gerettet, obwohl es so oft verkündet worden ist. Nein, meine treuen Diener haben alles getan, aber ihre Arbeit wurde von den Widersacherpriestern vereitelt. Bei diesen Worten sah ich jene Jesuiten, die sowohl in Rom als auch zu Hause bei einzelnen Bischöfen gegen Jesu Werk arbeiteten. Vor dem Herrn war all das kein Geheimnis. Im Gegenteil, er wusste alles und eben darum litt er so viel. Aber ich sah, dass er all das geduldig erträgt und wartet und wartet. Von diesen Priestern sagte er, das ist eure Stunde. Aber es wird auch meine Stunde kommen. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen.